In der heutigen Ausgabe vom BrickCast sprechen wir über einen neuen Markenbotschafter, eine Themenreihe, die 15 Jahre alt wird und die Neuheiten im Juni. Das und vieles mehr gibt es wie immer nach dem Intro. Brick by Brick, piece by piece, building dreams never to cease, in the world of Lego we find our thrill, welcome to the BrickCast, let's get our fill. From the streets of Lego City to Galaxies far, every creation a shining star, updates, rumors, and sets to behold, in the world of BrickCast, stories untold. Brick by Brick, stories untold, brick by brick, piece by piece, building dreams never to cease, in the world of BrickCast. Dreams never to cease, in the world of Lego we find our thrill, welcome to the BrickCast, let's get our fill. Ja, moin, mein Name ist Thomas und du hörst den BrickCast Deine Lego News Kompakt. Heute ist Montag, der 27. Mai, heute ist der nationale Tag des Klebebands und der Welttag des Purzelbaums. Ich habe schon lange keinen Purzelbaum mehr gemacht, fällt mir gerade so auf. Und ich finde aus aktuellem Anlass, das sehr sinnvoll, der Tag der Sonnencreme. Das sage ich deshalb, weil ich stand gestern fünfeinhalb Stunden auf einem Fußballplatz und da ist man immer sehr ungeschützt. Jeder, der mal Fußball gespielt hat oder die Kinder, die Fußball spielen, weiß, dass, ja, da ist kein Schatten. Und, ja, ich bin so richtig schön rot geworden, so Hummerrot. Mal gucken, ob das irgendwann noch in einen Braun umschlägt oder ob das so bleibt, das weiß man bei mir immer nicht ganz so genau. Mal sehen. Auf jeden Fall, ja, habe ich es da ein bisschen übertrieben scheinbar. Hätte mal eine Mütze mitnehmen sollen, siehste, Anfängerfehler. Ja, ähm, was gibt es zu berichten? Ich habe, ähm, ja, ich baue gerade ein Set und zwar ein Ninjago-Set. Das ist das erste Ninjago-Set, das ich seit ganz, wirklich ganz, ganz langer Zeit baue. Ich habe natürlich damals Ninjago City und sowas gebaut, aber dann viele Jahre nicht, weil es einfach nicht meine Themenwelt ist. Aber, ähm, dieses Set hat mich irgendwie angesprochen und es geht, äh, natürlich um die 71819. Äh, ist das korrekt? Ja, das ist dieser Drachenstein-Tempel und ich finde, das ist ein cooles Set. Ich werde das mal bauen und dann vielleicht sogar auch noch diese, äh, diese Plate dazu, die ja nun die Influencer rausgegangen ist, wo der liebe Andreas, äh, aka Bricktoom, schöne Grüße an dieser Stelle, ja auch eine Anleitung zuerstellt hat. Also das gucke ich mir dann nochmal an, ob ich das dann noch mache oder nicht. Aber erstmal baue ich das Set und, äh, bis jetzt muss ich sagen, ähm, ja, es fühlt sich tatsächlich nicht an wie ein Play-Set, finde ich. Also von den Bautechniken her ist es schon, ja, schon interessant, viel Baurichtungsumkehr, also ist schon für Erwachsene, ja, steht 13 plus, steht drauf, aber ich finde auch Erwachsene können das durchaus bauen. Ähm, es ist nicht ganz so anspruchslos, finde ich persönlich. Also auf jeden Fall sehr interessante Bautechniken dabei, wer es noch nicht gebaut hat oder wer es noch bauen möchte, ähm, das bis jetzt so mein, die Figuren zum Beispiel hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, ne, bunte Ninjas sind nicht so meins, aber sind nun mal dabei. Ich mag, ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache, vielleicht stelle ich da andere Figuren rein oder mal sehen, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall gerade so mein Projekt, nachdem ich ja das Rathaus jetzt fertiggestellt habe, noch ein paar Teile ausgetauscht habe und so auch ein wahnsinnig imposantes Set, allein von der Höhe hatte ich ja berichtet. Gut, wir steigen mal direkt ein in die News, so ganz super viel haben wir diese Woche nicht, es ist tatsächlich wie Sommerloch und ich hatte ja auch erst am Donnerstag eine Folge aufgenommen, aber heute passt es wieder gut. Gut, ich bin heute mal nicht unterwegs mit meinem kleinen Ansteckmikrofon, weil der Heuschnupfen mich echt im Griff hat im Moment und ich glaube jetzt durch irgendwelche Felder zu laufen wäre für mich der Super-GAU heute. Deshalb heute mal von zu Hause, ich habe mich hier so ein bisschen eingeigelt, Fans dazu gemacht, jeder der unter Heuschnupfen leidet, der kann jetzt mitfühlen, das ist einfach unheimlich anstrengend manchmal, aber gut, soll jetzt keine Ausrede sein, wir ziehen das jetzt hier durch und wir starten mal. Achso, der obligatorische Hinweis natürlich, dass du den Brickletter abonnieren kannst, brickletter.de, findest du alle wichtigen Informationen dazu, dann kriegst du die News auf dein Smartphone und die besten Angebote, wenn du das möchtest. Dann legen wir los. Wir starten noch mit einem kleinen Nachtrag zu einem Star Wars Set, über das ich in der letzten Woche gesprochen habe, es geht um die 75385 Battle on Peridia, 382 Teile wird es haben und es wird Ahsoka Tano, Ezra Bridger, Morgan Elspeth und Thrawn und Enoch beinhalten und das war es dann wohl auch. Also es waren noch nicht ganz klar, ob noch weitere Minifiguren dabei sein werden, scheinbar nicht, aber es ist ja auch schon eine sehr interessante Auswahl, finde ich, erscheint am 1. August. Der Preis, der jetzt allerdings genannt wird für das Set ist 55 US Dollar, wenn das, also oft sind ja die amerikanischen Preise und die Euro Preise sind ja gleich, dann würde das bedeuten, dass es bei uns auch 5 Euro teurer werden würde. Bisher hieß es, es würde bei uns 49,99 Euro kosten, kann also gut sein, dass wir hier nochmal eine Preiserhöhung um 5 Euro drin haben. Bei der Auswahl der Figuren waren wir ohnehin so ein bisschen teamintern überrascht, dass es vergleichsweise günstig ist für 49 Euro. Allein die Thrawn-Minifigur, die alte, wird ja für über 100 Euro gehandelt und diese finde ich tatsächlich sogar noch ein bisschen detaillierter. Also ich finde, also die Minifiguren machen das Set einfach unheimlich interessant. Ich glaube, die 5 Euro mehr würden viele nicht abschrecken, das zu kaufen. Müssen wir mal schauen, wie dann der Preis in Deutschland tatsächlich ist, aber es bleibt zu befürchten, dass wir hier noch eine kleine Preiserhöhung kriegen. Nichtsdestotrotz, also die Minifiguren, ja, sind schon interessant und mit Blick auf Minifigur des Jahres kriegen wir gerade auch bei Star Wars dieses Jahr sehr, sehr starke Minifiguren. Also da, ja, wird hart dieses Jahr, Minifigur des Jahres. Bin wirklich mal gespannt, welche Figur in diesem Jahr das Rennen machen wird. Herr Müller, eine Frage, stimmen die Wechselgerüchte? Ja, mit 34 fragt man sich natürlich schon, wo kann ich noch spielen, wo kann ich meine kreativen Ideen auch umsetzen? Daher habe ich mich für einen Wechsel entschieden. Oh, was? Ja, ich spiele jetzt im Team Lego. Also ich freue mich auf die neue Saison. Wir wollen Meister werden, Baumeister. Ja, was ihr da gerade gehört habt, ist natürlich ein Ausschnitt aus der neuen Werbekampagne mit Thomas Müller, also Lego hat einen neuen Markenbotschafter. Ja, 34 wird jetzt ja nochmal bei der EM für uns antreten und ein sehr witziger Werbespot, wie ich finde. Natürlich, klar, neuer Verein, Team Lego und so, aber ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommen wird, also welche Aktionen uns da noch erwarten können im Sommer. Aber es wird wohl noch so einiges geben, das sagt zumindest Theresa Silbereisen, das ist die Senior Marketing Director Zentraleuropa. Also da soll noch einiges kommen, was genau, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht noch eine neue Minifigur geben wird von Thomas Müller. Es gab ja schon mal eine 2016 oder ob wir tatsächlich sogar Lego-Sets sehen werden. Ich wage das tatsächlich eher ein bisschen zu bezweifeln, aber wäre natürlich schon cool, wenn es da irgendwas nochmal im Zusammenhang mit der Europameisterschaft geben würde. Ich gehe davon aus, es wird vielleicht noch die andere Bauaktionen geben, vielleicht so Make-and-Take-Events oder solche Dinge. Aber ja, wir können gespannt sein, auf jeden Fall finde ich mit Thomas Müller hier durchaus sympathischen Fußballer. Ich weiß, dass er auch ein bisschen polarisiert, für manche auch ein bisschen zu albern ist, aber ich mag den eigentlich ganz gerne und finde das auf jeden Fall interessant, dass man hier nochmal diese Kooperation eingegangen ist. Dann reden wir nochmal über ein Buch, und zwar über ein ganz besonderes Buch, welches 2022, meine ich, veröffentlicht wurde. Man konnte das 2021 crowdfunden. Ich weiß, dass damals noch die Fans konnten darüber abstimmen, welchen Namen dieses Buch haben sollte. Am Ende wurde dann entschieden, es hieß The Secret Life of Lego Bricks. Das ist ein Buch mit einem roten, samtenen Umschlag, mit so einer Prägung drauf, was so ein bisschen die Geschichte von Lego beinhaltet. Sehr wertig und wie gesagt, man konnte das eben nur bekommen, wenn man das vorbestellt hat. Da gab es dann so verschiedene Aktionen, man konnte ein Buch oder zwei Bücher, glaube ich, bestellen. Und es gab dann im Zusammenhang mit diesem Buch auch ein ganz seltenes 3D-gedrucktes Teil, so ein Pogo-Stick. So ein bisschen wie diese Ente, die es ja im Lego-Haus gab, wird, glaube ich, zu wahnsinnig hohen Preisen mittlerweile verkauft. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber es ist ein sehr, sehr seltenes Lego-Sammler-Stück. Und ich glaube, für so eingefleischte Lego-Fans, Lego-Sammler, ja, äußerst wertvoll. Also das kriegt ihr, also gab es nur mit diesem Buch. Und dieses Buch wird jetzt nochmal neu aufgelegt, allerdings dann ohne diese Beigaben und wahrscheinlich auch mit einem anderen Cover. Also ein bisschen einfacher von der Gestaltung her. Der Inhalt wird aber gleich sein. Und so hat dann jeder nochmal die Möglichkeit, an dieses Buch zu kommen, der es vielleicht 2022 verpasst hat. Titel bleibt gleich. Secret Life of Lego Bricks. The Inside Story of a Design Icon von Daniel Konstansky. Das soll im September erscheinen, am 14. September, soll wohl so 30 US-Dollar kosten oder nee, 30 Pfund steht hier. Ich bin gerade auf der Seite von Brick Fanatics, 30 Pfund, also bei uns vielleicht 35 US, also 35 Euro, irgendwie sowas. Vielleicht könnt ihr das dann über Amazon Großbritannien irgendwie bestellen oder so. Also auf jeden Fall wird es die Möglichkeit geben, da nochmal ranzukommen, falls euch das interessiert. Also ich habe das einmal, allerdings ohne den Pogo-Stick. Und es ist schon, ja, es ist schon ein besonderes Buch. Es ist ja sowieso gerade irgendwie so ein bisschen Trend bei Lego, dass man diese, wie heißen die, Coffee-Table-Books macht. Also es geht schon in diese Richtung. Es ist schon sehr hochwertig produziert auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, habt ihr jetzt nochmal die Gelegenheit. Ja, gar nicht lange, dann mehr, dann erscheint das Lego Notre Dame. Wir werden nachher ja nochmal ein bisschen über Neuheiten sprechen. Und es wurde im Zusammenhang mit diesem Notre-Dame-Set ja immer wieder darüber gesprochen, dass Lego ja eigentlich keine Kirchen macht. Und das war ja auch ganz lange tatsächlich der Fall. Wobei ich glaube nur offiziell bei Lego Ideas irgendwie in den Statuten steht, dass da keine religiösen Gebäude eingereicht werden dürfen. Und Lego sich das eigentlich selbst nie verboten hat, zumindest nicht offiziell, soweit ich weiß. Aber es gab seit, ich weiß nicht, ich habe das mal recherchiert, die letzte Kirche war noch dreistellig, meine ich, von der Nummer her. Also wird es schon viele Jahrzehnte her sein, dass es die letzte Kirche von Lego gab. Und Notre-Dame ist, ja, es ist eine Kathedrale, brauchen wir nicht drumherum reden. Natürlich ist das irgendwie eine Kirche, klar. Jetzt hat Lego dazu Stellung bezogen, fand ich nochmal ganz interessant. Und hat gesagt, naja, wir haben dieses Gebäude jetzt veröffentlicht, weil wir finden, es ist eben ja ein besonderes architektonisches Denkmal. Und es geht uns hier eigentlich weniger um den religiösen Zusammenhang, den Kontext, sondern es geht uns einfach hier um das Gebäude als solches. Und es ist halt einfach eins, das, ja, für die Epoche, in der es gebaut wurde, einfach sehr ikonisch ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, das zu machen. Also Lego versteht das nicht als ein religiöses Gebäude, sondern als ein architektonisch einfach äußerst historisch relevantes und interessantes Gebäude, signifikant, wie auch immer. Also es gibt da ein englisches Statement zu. Ich habe das jetzt mal so sinngemäß für euch wiedergegeben. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass Lego da überhaupt noch Stellung zu bezogen hat. Das ist ja nicht selbstverständlich bei Lego. Aber wenn ihr euch gefragt habt, warum Lego jetzt Kirchen macht, also nein, nicht, weil man da die eigene Firmenpolitik irgendwie nochmal geändert hat, sondern man hat hier den Schwerpunkt tatsächlich offenbar einfach auf das Architektonische gesetzt. Und das macht natürlich, das öffnet natürlich die Tür für andere Gebäude, die vielleicht auch einen religiösen Kontext haben. Wir dürfen also gespannt sein, ob wir vielleicht auch nochmal eine Moschee oder irgendwie sowas bekommen. Ich weiß es nicht. Ich hätte da persönlich kein Problem mit, fände das tatsächlich sogar interessant. Aber ja, wir werden gucken, was Lego da noch so geplant hat und bleiben neugierig und lassen uns überraschen. Dann kommen wir zu Minecraft, denn Minecraft wird, oder Lego-Minecraft muss ich sagen, Lego-Minecraft wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, dieses Jubiläum tatsächlich. Aber Lego hat weltweit 15, nur 15 Minecraft-Influencern, also das ist keine Lego-Influencern, sondern Minecraft-Influencern, einen sogenannten Brick-Ride-Org-Cube. Ja, ich weiß nicht, ob Minecraft-Spieler da mehr mit anfangen können mit diesem Begriff zugeschickt. Also im Prinzip ein großer Würfel, der so aussieht wie diese Würfel bei Lego-Minecraft, der wiederum aus so ganz kleinen Quadraten zusammengesetzt ist oder aus kleinen Würfeln zusammengesetzt ist. Und die Influencer haben also so einen Karton bekommen, da war dieser Würfel drin. Außerdem war da drin eine gebaute, ja, was ist das, so eine Axt und so eine Spitzhacke, glaube ich, ist das. Und Handschuhe. Und man musste also diesen Stein damit bearbeiten. Und dann kam das eigentliche Modell eigentlich zum Vorschein. Und das war, ja, das ist ein, finde ich, ganz hübsches Modell tatsächlich. Das ist mehr oder minder so ein Tempel mit so einem Baum und so einem Wasserfall. Darunter so ein bisschen auch die Unterwelt angedeutet. Und es sind auch, ich glaube, zwei Minifiguren und ein Skelett dabei. Also, ja, interessant. Ist natürlich exklusiv, nicht zu kaufen. Kann natürlich sein, dass das jetzt über so einen Influencer dann irgendwann nochmal auf dem zweiten Markt erscheint. Dürfte sehr hohe Preise erzielen bei einer Begrenzung von 15 Stück weltweit. Also, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwo nochmal aufpoppt. Und dann wahrscheinlich für, ja, ich gehe mal davon aus, schon mindestens einen vierstelligen Betrag nochmal irgendwie den Besitzer wechselt. Kann ich nicht beurteilen. Also, 15 Stück sind natürlich wirklich sehr wenige. 15 Jahre Minecraft, 15 Sets. Auf jeden Fall finde ich wieder eine ganz coole Idee. Und es macht natürlich auch ein bisschen neugierig auf das erste 18-Plus-Set, das in diesem Jahr erscheint. Kann natürlich auch mit dem 15. Jubiläum zusammenhängen. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Die 21265, diese Werkbank, die erscheint im August, hat 1195 Teile, soll Stand jetzt 90 Euro kosten. Und wie gesagt, das erste 18-Plus-Set von Lego Minecraft. Also, das könnte dann natürlich so ein richtiges Jubiläumsset sein. Vielleicht steht dann da ja auch sowas drauf hier, 15 Jahre Lego Minecraft. Würde mich nicht wundern, weil Lego feiert ja eigentlich so ziemlich jedes Jubiläum. Ich sage nur 40 Jahre Eisenbahn. Also, mag da einen Zusammenhang geben, müssen wir natürlich dann auf die Bilder warten von dem Set. Also, ich würde mal darauf spekulieren, dass wir auf diesem Karton dann einen entsprechenden, ja, so ein Logo irgendwie draufsehen. 15 Jahre Lego Minecraft würde mich zumindest nicht wundern. Dann gibt es einen neuen Katalog. Und zwar für das zweite Halbjahr, Juni bis Dezember 2024 von Lego. Da findet man im Internet auch allerlei Bilder zu. Zum Beispiel bei den Kollegen von Promobricks oder aber auch bei einigen Instagrammern kann man das finden. Er verrät jetzt nicht so super viel. Also, die meisten Sachen, die da drin sind, die waren vorher schon bekannt. Und einige Sachen, die Lego-exklusiv sind, tauchen natürlich nicht drin auf, weil das ist hier dieser Shop-at-home-Katalog. Also, was auf jeden Fall drin ist, ist dieser neue Audi, nee, Porsche ist das, Entschuldigung, der Porsche GT4, dieser E-Performance, der ja mit Licht daherkommt und mit einer Fernsteuerung. Und das schnellste ferngesteuerte Lego-Auto bis jetzt sein soll. Ich habe aber schon von anderen Leuten gehört, dass man die Erwartung hier nicht zu hoch schrauben sollte. Also, es gibt da scheinbar schon Leute, die haben das schon in Aktionen gesehen. Ich nicht persönlich, aber ich habe mir das Bericht lassen. Und das ist wohl nicht so super schnell. Aber naja, die anderen Fahrzeuge waren scheinbar noch langsamer, die es bisher gab. Insofern bin ich trotzdem darauf gespannt, wie das Ding dann, ja, quasi performt. Genau, die 42176 Porsche GT4 E-Performance. Ansonsten viel Bekanntes in dem Katalog. Was noch Interessantes sind tatsächlich im Rahmen der Dreams-Sets gibt es hier jetzt eine Seite mit diesen ganzen bösen Doppelgängern von den einzelnen Protagonisten. Und wir haben hier den bösen Doppelgänger von Logan auch da drin, mit dem Namen Dogen. Und das scheint eine Big Fig zu sein, die, ja, interessant ist. Also, wenn die wirklich so aussieht wie auf diesem Bild, hat die irgendwie auch eine andere Armstellung. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre der Kopf wieder drehbar. Eine große, interessante Frisur auf jeden Fall auch da drauf. Also, quasi die von Logan nur in groß. Mir ist noch nicht bekannt, in welchem Set diese Figur auftauchen könnte. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die in diesem Jahr noch sehen werden. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, glaube ich, was jetzt hier nochmal so ein bisschen heraussticht aus diesem neuen Katalog. Am Samstag ist der 1. Juni und damit bekommen wir einen ganzen Schwung neuer Sets. Wir gehen mal ganz schnell durch und ich sage mal so ein bisschen, was für mich persönlich die Highlights sind. Vielleicht siehst du es ähnlich, vielleicht auch nicht. Dann darfst du natürlich auch gerne kommentieren unter spielwaren-investor.com. Das habe ich, glaube ich, heute noch gar nicht gesagt. Genau, denn kommentieren macht schön. Und wir starten mal mit A wie Architecture und da bekommen wir, wie bereits erwähnt, die 21061 Notre-Dame de Paris. 230 Euro für 4.383 Teile. 18 Plus Set, das größte Lego Architecture Set aller Zeiten. Und ich glaube, für viele ein Highlight, zumal es auch das erste Architecture Set in diesem Jahr ist, also 2024. Und ja, viele sich schon so ein bisschen gefragt haben, kommt da noch was? Ja, da kommt was und zwar was Großes. Also, ich glaube schon auch ein interessantes Set zu einem angemessenen Preis, wie ich finde. Klar, viele kleine Teile dabei. Aber ich denke, das geht so in Ordnung. Dann kommen wir zu B wie Batman. Und ja, da kommen vier Sets, von denen ich aber drei relativ uninteressant finde. Ich glaube, das interessanteste Set für die meisten dürfte die 76274 Batman im Batmobil vs. Harley Quinn sein. 60 Euro sind viel für 435 Teile. Drei Minifiguren sind dabei. Mr. Freeze, glaube ich, gab es jetzt schon eine ganze Weile nicht. Finde ich aber ziemlich unspektakulär. Keine Beinbedruckung, keine Armbedruckung. Ja, Kopfteil dürfte exklusiv sein. Wir haben eine Harley Quinn dabei, die ist ganz cool. Und ein Batman mit so einem Gummicape. Das Batmobil in blau, ja, an die Animationsserie angelehnt. Wie gesagt, mir persönlich ist es einfach ein bisschen zu teuer und ich bin nicht fern genug der Animationsserie. Aber wer fern ist und das hier mit ein bisschen Rabatt mitnehmen kann, der wird sich bestimmt freuen. Dann kommen wir zu den Brickheads. Da kriegen wir zwei Sets. Wir kriegen die 40751 Legolas und Gimli für die Herr-der-Ringe-Fans für 20 Euro. Und wir kriegen Mirabel Madrigal 40753, ein einzelner Brickhead, den ich auch gut gestaltet finde, tatsächlich für 10 Euro. Dann haben wir Lego City. Highlight hier für mich, also wir haben ja auch bei Let's Talk About Sets schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber Highlight für mich ist auf jeden Fall hier die 60420, der Raupenbagger für 55 Euro, 633 Teile. Finde ich ein sehr cooles Set. Es gibt die Achterbahn, ein bisschen teuer, finde ich für 100 Euro. Hafen mit Frachtschiff finde ich sehr cool. 6422, 1226 Teile für 110 Euro. Dann haben wir natürlich die Rückkehr von Johnny Thunder in verschiedenen Sets. Am günstigsten ist es hier in der 60424. Dschungelforscher Quad, da haben wir ihn für 10 Euro drin mit diesem roten Panda. Ist einmal dabei, ist ja auch irgendwie ein süßer Mold, auf jeden Fall süßes Tier. Genau, und dann gibt es, ich glaube für viele noch ein Highlight dürfte die 60440 sein. Dieser Sattelzug, also dieser gelbe Lego Lastwagen für 100 Euro, 1061 Teile. Ist noch so ein kleiner Gartenstapler dabei und so ein paar Paletten und sowas. Ja, es ist einfach so Retro-Feelings, wenn ich dieses Set sehe. Aber 100 Euro ist natürlich auch ein stolzer Preis für einen einzelnen LKW-Zone. Ja, aber ich denke, es dürfte trotzdem viele ansprechen. Gerade Alpholz, vermute ich mal. So, dann haben wir die Creator 3 in 1. Jetzt kriegen wir ein T-Rex für 60 Euro und ein modernes Haus für 100 Euro. Da brauche ich, glaube ich, nicht weiter was zu sagen. Lego Disney, ja, auch hier haben wir nochmal Brickheads. Einmal Freude, Kummer und Zweifel aus diesem Inside-Out-Film für 20 Euro. Carl, Russell und Kevin von oben für 20 Euro. Finde ich ganz gut gelungen oder ganz gut getroffen. Tatsächlich Kevin tue ich mich ein bisschen schwer mit, dieser Vogel, aber ja, okay. Malefiz als Drache, ich glaube, da sind einige enttäuscht, dass es hier Mini-Dolls sind statt Mini-Figuren. 70 Euro hätte ein cooles Set werden können. Und wir kriegen zweimal Simba, einmal einen kleinen für 20 Euro und einmal einen groß. Und den finde ich wirklich stark für 130 Euro mit 1.445 Teilen, die 4, 3, 2, 4, 7. Cooles Set für Disney-Fans auf jeden Fall. Weil das, glaube ich, hier mein Highlight bei den Disney-Sets tatsächlich. Dublo, gehen wir mal drüber. Friends, ist auch nicht so eine starke Friends-Welle, finde ich persönlich. Ich finde das Abenteuer-Camp ganz cool mit Kajak für 70 Euro. Und natürlich das Baumhaus im Abenteuer-Camp für 130 Euro. Aber für 1.128 Teile gefühlt schon ein bisschen happig. 4, 2, 6, 3, 1. Manche haben gesagt, das hat ein bisschen was von Ewok Village. Naja, ja, okay, vielleicht. Naja, gehe ich nicht unbedingt mit. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall hier die Idee dahinter. Ansonsten einige kleine Sets, aber die finde ich persönlich weniger spannend. Harry Potter haben wir einige Sets. Wir kriegen den Hippogreif für 60 Euro. Wir kriegen die Allraune für 70 Euro. Das große, die große Halle, Schloss Hogwarts, 7, 6, 4, 3, 5. Das größte Play, also die größte große Halle im Play-Scale, die es bisher gab. 1.732 Teile für 200 Euro. Polarisiert ein bisschen das Set. Ich finde es an sich ganz cool, auch mit Blick auf die Minifiguren-Auswahl. Preis ist natürlich wirklich saftig. Oli Vanders und Madame Malkins Anzüge, 90 Euro. Wenn man Winkelgassen-Fan ist, das noch ein bisschen erweitern will, kriegt man hier nochmal zwei Geschäfte, die man sozusagen andocken kann an diesen Scherzartikel-Shop von den Weasley-Brüdern. Und mit der 76440 ist eigentlich so mein persönliches Highlight. Trimagisches Turnier, die Ankunft. Also wir haben dieses Schirm, Sturm, dieses Schiff der Durmstrangs da drin und die Kutsche der Beaubaton. 140 Euro ist aber auch hier eine ganz schöne Ansage für 1229 Teile. Ja, also Harry Potter sehr hochpreisig gefühlt in dieser Welle auf jeden Fall. Lego Ideas, die Katze, ich finde ein guter Teilespender auf jeden Fall. 1710 Teile für 100 Euro. Viel Schwarz, Weiß, gute Teile. Ich weiß nicht, wie sie von innen aussieht. Wahrscheinlich ziemlich bunt, aber von außen erstmal sehr viele brauchbare Teile. Ich persönlich kann aber sonst so mit dem Set nicht viel anfangen. Lego Jurassic World kriegen wir drei Sets. Diesen Baby Bumper Ankylosaurus. Ja, gebautes, gebauter Saurier, 25 Euro. Und dann kriegen wir einmal ein Set mit einem Stegosaurus für 65 Euro und eins mit einem Alosaurus für 90 Euro. So, Gabbis Puppenhaus lassen wir aus. Kommen wir zu Icons. Bei Icons natürlich, klar, für viele Herr der Ringe, Baradour 10333 dürfte das absolute Highlight sein. Würde ich auch tatsächlich kaufen, wenn ich es haben wollte, weil es dann noch das GWP dazu gibt. Mit diesem Fluguntier, wie es auf Deutsch scheinbar heißt. Naja, okay, also das gibt es dann kostenlos. Dazu können wir vorstellen, dass das auf dem Zweitmarkt ziemlich teuer werden könnte. Zumal hier auch eine exklusive, wenn auch eher unspektakuläre Minifigur dabei ist. Diese Stoffteile sind auf jeden Fall exklusiv von dem Flugviech. Also das sollte man mitnehmen, wenn man es denn haben wollte. 460 Euro, 5471 Teil. Ich glaube, das dürfte für viele das Highlight des Jahres sein oder ein Highlight des Jahres sein. Dann haben wir mit der 10334 noch das kleine Retro-Kofferradio mit 906 Teilen für 100 Euro. Soundbrick ist mit drin. Irgendwie mag ich das. Ich würde es mir nie kaufen, aber ich finde es charmant irgendwie. Nachdem ich jetzt so ein paar Reviews gesehen habe, finde ich, hat das doch irgendwie seine Daseinsberechtigung. Also wer sich dafür erwärmen kann, habe ich durchaus Verständnis dafür. Wir kriegen auch ein paar Minecraft-Sets. Kann ich gar nicht so viel dazu sagen, zu den Sets. Die sind auch tatsächlich das größte Set der Enderdrache. Und das Endschiff finde ich wirklich total enttäuschend irgendwie. 80 Euro, 657 Teile. Also da warten wir mal auf dieses 18-Plus-Set. Das könnte nochmal ein Highlight sein. Die anderen richten sich dann, glaube ich, tatsächlich eher an Kinder. Viele Spielsets, aber ich stecke auch nicht so in dem Thema drin. Monkey Kid kommt noch mit vier Sets. Mein persönliches Highlight ist hier die Himmelspagode. 140 Euro für 1.621 Teile. Wir kriegen aber auch noch einen großen Mech für 110 Euro. Die neunköpfige Bestie für 85. Und Monkey Kid's Power Team Truck für 70 Euro. Ja, und Lego Ninjago. Ja, da kriegen wir die Turnier-Tempelstadt. Natürlich ein sehr großes Set. 3.489 Teile. Finde ich auch tatsächlich ganz cool. Hat für mich so diese Tempel von Ayizu-Vibes für 250 Euro. Aber bei dem Teilepreis durchaus okay. Klar, ein paar kleinere Sets sind auch dabei. Es gibt die Turnier-Arena für 50 Euro. Diese Kombi-Raupe finde ich unheimlich teuer. 90 Euro für 576 Teile. Naja, Coles Titan-Drachen-Mech. Großer Mech für 100 Euro. Der diesen Flügel von dem Ornithopter hat. Von Dune als Schwert. Und wir haben den Quell-Drache der Bewegung. Ich glaube, der größte Drache, den es bisher gab. Oder mit einer der größten Drachen. 1.716 Teile für 150 Euro. Wir kriegen das Schachspiel für 75 Euro. Ja, gab ja immer mal so ein Schachspiel im Programm. Das hier ist eher so eine klassische Variante. Heißt auch traditionelles Schachspiel. Ja, ist nett gebaut für Schachspiele. Aber ich finde nicht unbedingt günstig. LEGO Speed Champions. Wir kriegen den Lamborghini Lambo V12 Vision GT für 27 Euro. Und dann kriegen wir zwei Doppelpacks. Mercedes-AMG G63 und Mercedes-AMG SL63 für 50 Euro. Und das Aston Martin Safety Car und den AMR 23, also ein Formel-1-Wagen, für 50 Euro. Die finde ich, also gerade dieses Mercedes-Set, das ist schon cool, glaube ich. Also da werden den AMG G63 werden, ja, ich glaube, der ist gut angekommen, glaube ich, was ich so mitgekriegt habe. Ja, Spider-Man kriegen wir nur so ein kleines 4-Plus-Set, lassen wir mal. Und dann sind wir noch bei Star Wars abschließend. Und da kriegen wir, ja gut, zwei mehr oder weniger Battle-Packs. Einmal Hinterhalt auf Mandalore. Also da, ja, für die Minifiguren ganz cool. Der Side-Bild ist Grütze, finde ich. Also den hätte es hier irgendwie nicht gebraucht. Na gut, 22 Euro, vier Minifiguren kann man machen. Ähm, ich persönlich finde aber interessanter tatsächlich die 75386, das Duell zwischen Pazwiesla und Moff Gideon. Moff Gideon gab es noch nie so mit dieser Rüstung. Also ein exklusiver Helm auch wieder dabei. Dann haben wir auch die Pazwiesla-Minifigur, ist neu. Und diese, ja, diese roten, ähm, Praetorianer, glaube ich, heißen die. Auch die haben einen neuen Helm-Mold gekriegt. Ähm, man kann das Set übrigens kombinieren mit der 75373-Hinterhalt auf dem Mandalore-Battle-Pack. Kann irgendwie so zusammenklipsen. Finde ich, sieht aber nicht unbedingt gut aus. Da hat Bene ein ganz gutes Video zu gemacht, weil ich euch das mal angucken wollte. Big Story, ähm, ja, wie das dann aussieht, wenn man die kombiniert. Also ich finde, auch wenn das jetzt 40 Euro kostet, aber ich finde, es bietet einfach irgendwie gefühlt mehr als, ähm, dieses, äh, Battle-Pack mit den Mandalorianern. Aber, ja, ist wie immer ja auch ein bisschen Geschmackssache. Dann kriegen wir den Luke Skywalker's X-Wing Mag. Finde ich relativ uninteressant, zumal die Minifigur auch in dem letzten X-Wing drin war. Also wer den hat, der hat die Minifigur schon von Luke Skywalker und da sehe ich dann eigentlich wenig Grund, diesen Mag noch zu kaufen. Anders sieht es aus bei der 75391. Da kriegen wir Captain Rex Y-Wing Microfighter für 13 Euro und das ist tatsächlich die Minifigur aus dem Venator. Also die, ja, bislang noch sehr teuer gehandelt wurde. Die wird dann natürlich mächtig im Preis fallen. Also wer noch einen Captain Rex braucht für seine Armee, die da vorstellen will, der kommt jetzt sehr günstig da ran. Also für die ist es cool, für alle, die natürlich darauf spekuliert haben, ähm, das UCS-Set gekauft haben oder sich die Figur teuer gekauft haben, ist das schon ein bisschen Schlag ins Gesicht, muss man sagen. Aber das ist halt auch ein bisschen wie bei, ja, wie bei allem, wenn man spekuliert, dann kann es halt irgendwie auch mal doof laufen, kann auch mal eine Minifigur in einem Magazin vom Blue Ocean Verlag drin sein oder so. Also das, das kann halt jederzeit passieren. Das macht aber ja auch ein bisschen den, den Nervenkitzel aus, finde ich, und gehört auch irgendwie dazu. Also so, das erst mal so ein Überblick über das, was im Juni kommt mit meinen persönlichen Highlights. Und ja, kombinieren könnt ihr das Ganze dann auch mit einem GWP und zwar gibt es seit heute das Erlebnisfreibad. Das ist dieses Set, über das ich in der letzten Woche noch gesprochen habe, wo ich gedacht habe, wann kommt das endlich? Die 40685 dürfte das sein. Ja, ein kleines Set mit so zwei Rutschen, ist ein bisschen, ja, schon einfach gebaut, aber zwei Minifiguren sind dabei und ganz knuffig irgendwie. Kann man vielleicht noch irgendwo integrieren oder einfach als Verschenken, als Spielset so. Wer jetzt nicht so für euch extra einkaufen würde, aber das gibt es ab 100 Euro dazu. Ihr müsst allerdings Nego City, Friends, Dreams, Ninjago kaufen und das Ganze läuft noch bis zum 7. Juni. Es soll auch noch, also das Gerücht gab es bis gestern, aber es ist, es taucht bei mir nicht im Warenkorb auf. Ich habe das ausprobiert. Es soll auch noch mal diese Blumenranke geben, angeblich bis zum 9. Juni, aber wie gesagt, ist bei mir nicht aufgetaucht. Könnt ihr noch mal ausprobieren. Vielleicht auch nur in anderen Teilen der Welt, wer weiß. Also das ist bei mir auf jeden Fall nicht aufgepoppt. Das Erlebnisfreibad, ja, das liegt bei mir drin, das andere Set nicht. Ja, probiert es aus. Vielleicht habt ihr Glück und könnt noch ein zweites GWP mitnehmen. Man munkelt, dass man dafür 150 Euro ausgeben muss. Auf jeden Fall bekommt ihr das Erlebnisfreibad. Dann möchte ich das hier einmal nutzen, um unbezahlte Werbung zu machen. Ich mache ja eigentlich immer unbezahlte Werbung, weil wir, also ich habe ja keinen offiziellen Sponsor. Aber wir haben einen Hörer, einen sehr treuen Hörer, das ist nämlich der Micha und der hat sich jetzt, wie soll man sagen, auf den Weg gemacht. Hat ein eigenes Geschäft eröffnet mit dem Namen Steinreich und diesen Store, den findest du in der Querstraße 8 in Peine. Er hat mich auch zu seiner Eröffnung eingeladen. Die ist am 1.6., also jetzt auch am Samstag, aber Peine ist für mich tatsächlich ein bisschen weit weg und ich bin familiär eingebunden, sonst wäre ich sehr gerne gekommen. Wenn ihr aus der Gegend kommt, aus der Nähe kommt, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Ihr bekommt nämlich am 1.6. 10% Rabatt auf das ganze Sortiment. Das kann sich natürlich lohnen. Ich glaube, was hier auch nochmal erwähnenswert ist, das Besondere ein Steinreich ist, dass es nicht nur, ja, nicht nur ein Shop in dem Sinn ist, sondern man kann hier auch Lego-Sets leihen. Ja, man kann auch Lego-Sets verkaufen und auch gebrauchte Sets kaufen, soweit ich das verstanden habe, Einzelsteine und Minifiguren. Und wie gesagt, wenn ihr auch mal ein Set einfach nur bauen wollt, ja, einfach dieses Bauerlebnis haben wollt, ohne jetzt gleich irgendwie hunderte von Euro dafür auszugeben, dann kann man das dafür einen günstigeren Betrag kaufen und kann das bauen, hat das Bauerlebnis, gibt es hinterher wieder zurück, kann man mal drüber nachdenken. Ich habe sowas ähnliches bei einem anderen Anbieter auch schon mal gemacht, weil meine Kinder so eine Zeit lang einfach viel Spaß am Bauen hatten. Genau, das ist, finde ich, eigentlich ein gutes Modell und hier habt ihr so alles unter einem Dach, finde ich einen coolen Ansatz. Wie gesagt, in Peine, wenn ihr da aus der Ecke kommt, dann stattet dem Micha doch mal einen Besuch ab am Samstag und sagt, Thomas hat euch geschickt, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann kommen wir zum EOL-Set der Woche und das ist in dieser Woche ein Friends-Set. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal eine Liste machen irgendwie, für welche EOL-Sets ich hier schon geworben habe, bei diesen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte es auf jeden Fall nochmal, also selbst wenn ist es dann, dann ist es halt so. Aber ich finde, das müsst ihr irgendwie auf dem Radar haben und zwar geht es um die 41757, es ist ein Friends-Set und zwar ist es der Botanische Garten und das hat sich so ein bisschen zum Geheimtipp gemausert unter den A-Folds, weil man daraus auch ziemlich coole Mocks bauen kann. Also wenn man sich das zweimal kauft und so, dann kann man da echt ziemlich wilde Sachen mitmachen. Man muss halt, wenn man das nicht mag, diese Friends-Figuren da rausnehmen, kann da sehr gut einfach Minifiguren reinsetzen, kann dann eine schöne Parkanlage bauen, wenn ihr eine Stadt habt oder so. Sehr coole Teile da drin, viele so diese Trans-Clear-Elemente, diese Domes und Scheiben und so. Denkt euch die Minidolls weg, dann habt ihr hier ein wunderbares Set und das Set hat 1072 Teile, kommt zu fairen 85 Euro UVP und ihr kriegt das auch immer mal mit ein bisschen Rabatt. Im Moment so mit 14% kriegt ihr das dann für 73 Euro, wenn ihr ein bisschen wartet, kriegt ihr es bestimmt auch nochmal günstiger. Der Bestpreis lag bei 52 Euro, das ist natürlich, also fast 40%, wahnsinnig gut. Also ja, super, super interessantes Set, soll in diesem Jahr noch rausgehen und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich der eine oder andere bereuen könnte, wenn er das da nicht noch mitnimmt. Also das ist mein EOL-Set der Woche, die 41757, der Botanische Garten. Schlagt zu, wenn ihr es noch nicht habt oder legt es euch nochmal ins Portfolio, das ist auch tatsächlich ein unter A-Falls sehr beliebtes Set. Ja und damit sind wir durch und die Folge ist tatsächlich doch länger geworden, als ich gedacht habe. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du uns vom Spielwaren-Investor natürlich unterstützen, indem du uns eine Bewertung darlässt. Ich persönlich freue mich auch immer sehr über Kommentare und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib uns treu, bleib kreativ und hab eine fantastische Zeit. Wir sehen uns beim Zuhören, wir sehen uns beim Zuhören, was wir sehen uns beim Zuhören. Zuhören, wir sehen uns beim Zuhören. Zuhören, wir sehen uns beim Zuhören.